Mein Herz schlägt Schlager! Hey! Oh! Liebe Fans, liebe Schlagerfans, das Coronavirus hat uns wirklich voll im Griff und wir haben einige Einschränkungen und ihr habt es damit bekommen, viele meiner Kollegen und ich mussten auch Konzerte absagen und was wir besonders bedauern ist natürlich, dass die Sendung, die Schlager-Love-Story nicht stattfinden konnte. Sie kommt jetzt im Juni, genau in Verbindung auch mit unserem Album, das Zuettalbum von Florian und mir und wir haben uns was Besonderes ausgedacht, denn wir wissen, ihr sitzt zu Hause und man wartet zu Hause, man weiß nicht genau, was kommt. Wir sitzen zu Hause, deshalb gibt es diese, naja, Miteinander stark-Challenge, dass wir als Künstler euch einen musikalischen Gruß nach Hause schicken und ich habe einen folgenden Song, den ihr alle kennt. Sie hat es wieder getan, das kann doch wohl nicht wahr sein, das ist doch nicht mehr nur, da bleibt mein Liebe ganz allein. Sie hat es wieder gemacht, den Übertisch gezogen, ich hätte es niemals gedacht, gelogen und betrogen, sie hat es wieder getan, sie hat es wieder getan. Und die Challenge liegt darin, dass ich natürlich mir wünsche und herausfordere, dass viele meiner Kollegen weitermachen, euch auch Songs präsentieren von zu Hause, um euch halt eben die Zeit zu Hause und vielleicht bis zur Schlagerlauf-Story einfach verkürzen. Und ich nominiere jetzt Ilo de Young, Giovanni Zarella und ich würde mal sagen, der liebe Ross Anthony ist an der Reihe. Also, liebe Kollegen, habt Spaß dabei. Wir alle wünschen euch Fans natürlich nur das Beste und bleibt bitte gesund. Bis bald. Ciao. Hi ihr Lieben, hier ist Ilo de Young und ich sitze hier in meiner Wohnung in Utrecht. Was wir machen können, ist natürlich mithilfen, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet und dass wir füreinander da sind. Das ist immer wichtig, aber vielleicht im Moment noch ein bisschen mehr. Wir als Musiker können natürlich Musik machen. Also, danke schön Thomas für diese coole musikalische Challenge, die Miteinander-Stark-Challenge von Meinungs-Schlager-Welt. Ich sitze hier mit Nils auf Klavier und das Lied heißt Streichel dir dein Herz und schau dich dabei an, steck dich zu vom Mond bewahrt. Und immer, wenn du endlich bist, will ich dein Retter sein. Ich lasse dich nie mehr allein. Was immer auch kommt und was auch geht, denn es ist nie zu früh und nie zu spät. An deiner Seite, an deiner Seite, ich fühle mich schwerelos und frei, doch bin ich niemals mehr allein. An deiner Seite, an deiner Seite, an deiner Seite. Freund Oli P und der liebe Bernhard Prink. Alles gut in meine Schlager-Welt. Alles Liebe. Tschüss.